Ja, hi Leute, ich bin's der Elias. Jetzt kommt mal wieder ein Video auf Wobeisen. Und zwar zocke ich hier mal Knife Hit. Das Spiel spielt auch eigentlich fast gar keiner. Aber mir macht es richtig Spaß und ich bin auch gar nicht so schlecht darin. Ich zeige euch kurz meine ganzen Messer. Also echt ziemlich, ziemlich viele. Und deswegen würde ich sagen, ich mache mal direkt die erste Runde. Der Druckst! Ich komme Alphine! Der Druckst! Der Druckst! Der Druckst! Ja, das war schlecht von mir. Warte, ich zeige euch kurz, was meine höchste Stage war. Meine höchste Stage war jetzt Stage 79, 1357 Punkte. Also ich fand echt... Und ich sehe auch nur Goldäpfel. Also eigentlich, man muss ja immer diese App reinsammeln hier, um neue Messer sich zu kaufen. Aber ich habe mir alle Messer schon gekauft. Und bei mir sind nur noch Goldäpfel. Weil Goldäpfel geben so vier Punkte, also vier Euro, sage ich mal. Und ein ganz normaler roter Apfel gibt zwei Euro, sage ich mal. Halt eben. Oh, man, äh, äh. Ich habe zwei Euro, drei. Ja, ich habe zwei Euro. Ja, ich habe zwei Euro. Ja, ich habe zwei Euro, drei. Ey man, diese Anzeige hat mich jetzt voll verwirrt, egal. Ey, sorry Leute, ich bin gerade echt extrem schlecht. Keine Ahnung, was los ist. Sorry für die Werbung, wollte ich nicht. Und ich bekomme jetzt auch jedes Mal, wenn ich einmal gegen ein anderes Messer schieße, dann bekomme ich immer Second Chance. Habe ich auch freigeschalten. Das ist wirklich der leichteste Boss. Keine Ahnung, warum der Legendary ist, Leute. Das ist wirklich der Fall. Ich bin jetzt ganz doll. Ich bin jetzt mal so, wenn ich mich immer noch vor就ang. Das ist wirklich der Fall. Ich bin jetzt mal so. Ich bin jetzt mal so müde. 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 Erwin, schimm mal bitte kurz dein Leben. Sorry Leute, es ist gerade ziemlich laut, weil mein Freund, ich bin gerade im Hintergrund Fortnite, hört dazu Musik, ist extrem laut, egal, scheiß drauf, danke, ey, das war echt scheiße dumm jetzt von mir, oh ne, das ist mein Hassboss, ich hasse ihn, aber ich habe jeden Boss schon besiegt, ja, ja, und dann würde ich sagen, das war es auch schon vom Video, gebt einfach einen Daumen hoch und dann bringe ich mehr von Nive Fit und von Clash Royale, und jetzt schreibt mal alle, jetzt schreibt mal alle in die Kommentare, was für Spiele ihr momentan spielt und wie ihr Nive Fit findet, okay, dann bis dann, peace, ciao.